Ein wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und vielleicht hört ihr so ein ganz kleines bisschen, es hält sich allerdings in Grenzen, ich kann tatsächlich noch sprechen. Ich habe gestern ein ganz kleines bisschen mehr gesprochen als normalerweise, denn ich habe mal eben alle Metalbands Deutschlands live auf Twitch genannt. Und das hat dann 14 Stunden gedauert. Ein bisschen länger, als ich eigentlich geplant hätte. Das letzte lag aber auch daran, dass ich immer mal wieder ganz lieben Besuch hatte von Freunden und Kollegen, von Bands aus Heaven Shell Burn, von Beyond the Black, Fiddler Screen, Hämatom und ganz viele andere, die mich bei meinem Leiden beobachten wollten. Also auch ganz lieben Gruß an alle, die sich das tatsächlich gestern den ganzen Tag gegeben haben. War eine sehr lustige Geschichte. Ich glaube, ich werde es dann auch mal hier hochladen, damit es einfach gespeichert bleibt, weil auf Twitch bleibt es ja immer nur zwei Wochen, glaube ich. Da könnt ihr mal reinschauen. Mal schauen, ob ich es hinkriege, diese 14 Stunden auch hochzuladen. Ja, aber ich habe es geschafft. Ich habe durchgehalten und es hat tatsächlich auch ziemlich Spaß gemacht. Und aufgrund dieser ganzen Geschichte und der Vorbereitung dessen, hätte ich ein Thema fast vergessen, dass am Freitag, am Freitag, dem 13. tatsächlich noch um die Ecke kam, nämlich Till Lindemann hat wohl angeblich Lindemann aufgelöst. Also nur das von Peter Tettgren und ihm. Und ich hatte schon so ein ganz komisches Gefühl. Ich hatte schon ein ganz komisches Gefühl. Man hat ja zu der Vorankündigung des Live-Mittwochs in Wacken, darüber können wir gleich noch sprechen, den Lindemann-Schriftzug gelesen. Also stand dann Lindemann. Aber davor stand dann ein winziges Tee. Und da dachte ich so, hä? Hat der jetzt eine extra Performance oder was? Tritt der jetzt nochmal als Einzelkünstler irgendwie auf? Das war so mein Gedanke. Und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, dass Lindemann sich von Peter Tettgren trennt. Und dazu gab es ein Statement über Social Media, ein relativ kurzes Statement. Und in diesem Statement war eigentlich nur zu lesen, dass das als Solo-Projekt weiterläuft und er sich dann wieder andere Leute sucht. Und dazu muss ich sagen, habe ich, naja, eine persönliche Meinung. Aber eins wollte ich noch erzählen, nämlich zu diesem Live-Mittwoch. Das ist auch so ein Thema, das momentan sehr heiß diskutiert wird. Es geht nämlich um Folgendes. Es gab in den letzten Jahren sehr oft eben den Ruf, dass man am Mittwoch schon die Mainstages oder zumindest eine der Mainstages aufmacht in Wacken. Und man sozusagen auf das Infield auch draufkommt. Natürlich so ein bisschen, ja, wir sind ja jetzt schon alle hier und wir wollen jetzt Party machen und es ist immer noch nicht offen. Und, ah, Mensch, wäre ja cool, wenn doch. Und für nächstes Jahr hat man sozusagen diese Rufe erhört und hat auch mit Lindemann dann eben den ersten Flock eingerammt für das Programm da zum Mittwoch in Wacken. Und das, worum sich jetzt tatsächlich jetzt die Geister ausscheiden, ist der Umstand, dass das nochmal zusätzlich 66,66 Euro kosten soll. Also sozusagen jeder, der das Ticket für dieses Jahr hatte und umgetauscht hat für nächstes Jahr oder das Ticket für nächstes Jahr gekauft hat, der muss nochmal 66,66 Euro on top bezahlen, damit er auch am Mittwoch die Bands auf dem Infield sehen kann. Und darüber streiten sich natürlich jetzt die Geister und da ist auch eine Debatte unter Fans entbrannt. Das ist jetzt nicht Bestandteil des Videos. Ich wollte es nur im Zusammenhang dessen noch erzählen, weil es auf jeden Fall ein Thema ist, das man auch besprechen kann. Falls ihr eine Meinung habt, könnt ihr es natürlich gerne dort unten auch in die Kommentare schreiben, weil das dann natürlich auch jetzt eine Veränderung im Preismanagement ist und die Frage sich natürlich auch aufwirft, was hat das mit diesem All-In-Ticket dann natürlich auch noch für einen Sinn, wenn es nicht mehr All-In ist und man dann sozusagen noch so ein DSC dazu bucht. Man kann es natürlich verstehen, weil so ein Showtag natürlich wieder viel Geld kostet etc. etc. Also da gibt es natürlich unterschiedliche Positionen, die auch unterschiedlich bedacht werden können. Ihr habt da bestimmt auch eine Meinung dazu. Aber jetzt zu diesem Lindemann-Ding und da habe ich eine Meinung dazu. Da wollen wir ganz kurz die Hand wechseln. Heute mal quick and dirty mit dem Handy aufgezeichnet, weil ich auch quasi nach dem 14-Stunden-Marathon noch nicht so richtig in der Spur bin. Es ist ja normal, dass man ein, dass bekannte Musiker oder Musiker, die vor allen Dingen durch ihre Performance und ihre Ausstrahlung nach außen eine Rolle spielen, dass die Songwriter haben. Es ist ja gang und gäbe im Pop-Biss, aber es ist auch sehr oft gang und gäbe im Rock- und weitergefächerten Metal-Bereich. Also es ist jetzt nichts Neues und das ist auch keine neue Erkenntnis für mich, dass es eben Songwriter gibt, die dahinter stecken und Performer, die das dann eben performen und darstellen. Und im Endeffekt zeigt sich jetzt, das ist so meine Interpretation, so genau wird das natürlich jetzt nicht ausgedrückt und vielleicht irre ich mich da auch, für mich zeigt sich jetzt, dass Lindemann de facto nie eine Band war, sondern immer nur eben Till Lindemann und ein Songwriter, nämlich in diesem Fall Peter Tettgren, der für ihn die Musik produziert und schreibt, damit er eben überhaupt Musik hat, weil Till Lindemann selbst kann keine Musik schreiben, sondern eben nur die Lyrics. Und also ich weiß nicht, ob er es nicht kann, aber zumindest macht er es meines Erachtens und meines Wissens nicht. Und dementsprechend ist Peter Tettgren eigentlich nichts anderes gewesen als Songwriter. Und was eben so seltsam ist, dass er eben die ganze Zeit als Teil einer Band dargestellt worden ist. Also dass man sozusagen gemeinsam dastand und das als Band irgendwie verkauft hat. Und am Ende war es eigentlich nur so ein Solo-Projekt von Lindemann, das man anders benannt hat. Und weiß ich nicht, das finde ich ja irgendwie, das hat ein gewisses Geschmäckle, habe ich im Gefühl. Und ist jetzt, wie gesagt, nichts Besonderes, aber ich finde es sehr schade, vor allen Dingen, weil ich Peter Tettgren auch natürlich sehr schätze, seine musikalische Leistung. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kommt da musikalisch bei rum, wenn wir jetzt einen neuen Songwriter zu erwarten haben. Das ändert dann vielleicht natürlich alles. Und ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall ist Lindemann dadurch eben nichts anderes als eben eine Selbstvermarktungsshow von Till Lindemann. Naja, gut. Ich meine, man hätte es auch erwarten können bei dem Namen, nicht wahr? Genau, das ist das, was jetzt rausgekommen ist. Also es ist mitnichten so, dass die Band aufgelöst wird. Denn de facto hat die Band nie existiert. Also nicht als Band, sondern eben nur als Solo-Projekt mit einem Songwriter, der das alles unterstützt. Also das ist eigentlich das, was da dahinter steckt. Naja, traurig aber wahr, so ist das Showbiz. Meine lieben Freunde, schreibt mir eure Meinung dort unten in die Kommentare. Findet ihr es auch schade, dass das jetzt so läuft mit Peter Tettgren? Oder sagt ihr, ey, ist doch eigentlich scheißegal, wer die Musik schreibt. Hauptsache Till macht den Gesang, Till schreibt die Texte, das Wichtigste. Kann ja auch sein. Dort unten in die Kommentare. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr Bock habt, meine Challenge mit allen Metalbands Deutschlands zu sehen, dann schaut mal morgen nochmal vorbei. Da seht ihr es. Oder unten findet ihr den Link zu Twitch. Bis dann. Tschüssikowski, meine lieben Freunde.